ja moin und einen wunderschönen start in diesen sonntag nein denn wir haben erst mietwoch denn Mario lebt schon in der zukunft und ich weiß auch schon wo der bitcoin preis nein herzlich willkommen an diesem montagmorgen 6 uhr morgens ich wünsche euch einen wunderschönen guten morgen herzlich willkommen an alle die schon wieder da sind bitte vergesst nicht das video zu liken einen kommentar unten drunter zu schreiben welchen koin ich vielleicht morgen für einen von euch analysieren soll heute habe ich mir viel rausgesucht die werden wir nach dem normalen update machen so wie immer und wir fangen auch wie immer an mit lecker genau wie bei bitcoin und wie auch bei ethereum haben wir gestern nachdem wir dann das abend update hinter uns gebracht haben und die backen gehalten haben ging es genau dorthin wo ich was gestern abend gesagt habe das ist natürlich ja schön aber wir sind auch hier nicht out of the woods ein trade würde ich jetzt auch nicht eingehen warum nicht naja ganz einfach wir dieser tringer hier bedeutet nichts anderes als klar guckt euch bitte die beiden kerzen an das hier bedeutet nichts anderes als ausbruchstest weiter hochziehen und folgendes ist passiert wenn wir das jetzt einfach wegnehmen dann sagen wir hier das ist ein ausbruch das alles hier die ganzen kämpfen die danach kommen ist ein retest und wir haben diese linie noch nicht überschritten ihr seht das hier ein ausbruch ein retest und dann ist hier diese kleine rote linie wenn wir die jetzt mal endlich nach oben hin klären von mir aus können wir das ganze auch ein bisschen höher setzen und zwar hier an diese beiden beendigen beendigungen dieser beiden kerzen dann sollte das ganze ein bisschen safer sein sprich eine einstunden kerze hier über dieser roten linie die verläuft bei 151 dollar und ungefähr 25 cent dann sehe ich das ganze deutlich also das heißt deutlich aber dann sehe ich das ganze positiver dann würde ich es vielleicht sogar mal probieren das erste ziel dabei ist ganz klar die 154 50 danach die 158 und die beiden goldenen die da drüber verlaufen den stop loss sollten wir trotzdem relativ eng gewählt haben und das wäre für mich unter den letzten los sprich hier irgendwo bei 145 aber ich habe euch auch gesagt dass ich vor heute abend erstmal keine trade eingehen werde das bleibt auch weiterhin so auch wenn wir jetzt hier weiter hoch ziehen kann das bleibt jedem selbst überlassen selbstverständlich das kennen erhalten und machen wie er möchte das ist nur meine persönliche meine also allein kommt vielleicht bald ein trade möglich allerdings auch hier weiterhin sehr sehr spekulativ zu xrp müssen wir im endeffekt nichts sagen wenn hier ist die zeichnung von gestern abend drin das bedeutet nichts anderes wenn wir über gold ausbrechen würde ich den trade dennoch nicht nehmen bevor ich nicht mindestens grün nach oben hin klült ab und das ist die marke von 82 cent da ist hier die zeichnung die hat auch weiterhin bestand das sind beides tages linien die wichtig sind war der 80 und 82 cent ungefähr in die schuldigung 81 und 82 cent wenn wir einen tag mal darüber verbringen sieht das ganze für mich deutlich positiver aus natürlich haben wir auf einem kleinen time frame jetzt hier higher lows das ist erstmal gar nicht so schlecht wenn es denn so weiter geht für mich jetzt gerade noch eine trade möglichkeit bei xrp ich warte ab bis sie die 82 cent nach oben hin genommen haben cardano weiterhin im minus 1,2 prozent auch hier ist die zeichnung von gestern abend drin das ist das hier bedeutet nichts anderes klären wie die 1 28 nach oben das ist auch eine tageslinie haben wir mal tages schluss darüber und backtesten das ganze und ziehen dann weiter hoch dann würde ich auch hier ein trade wagen ansonsten würde ich jetzt weiterhin die finger davon lassen wie channel 6 prozent im minus auch hier ist das immer noch nicht passiert worauf wir gewartet haben und zwar dass wir diesen diese kerzen körpern die sich hier oben nach oben hin übersprungen haben dann kann ich euch eine linie ziehen dann werdet ihr das ganze besser sehen wenn wir sieht sehr sehr ähnlich aus wie den ersten können also wie bei leid können wo wir das besprochen haben dass wir die goldene linie nach oben hinnehmen aber dann leichte horizontale über uns haben das heißt ich würde aus auch hier nicht früher versuchen bis wenn ich das ganze hier mindestens mal ausbruch retest weiter hoch dann kann man das versuchen ziel dabei ist die ist die marke von 8,3 cent und danach die goldene linie bei 8,5 und die rote bei 8,6 wenn ich das hier probiere dann würde ich persönlich mein stop loss hier irgendwo hinsetzen unter diesen letzten wick sprich 7,5 cent ungefähr bei solar sieht das ganze ähnlich aus hier ist auch noch die zeichnung von gestern abend drin das bedeutet in dem fall auch nichts anderes als überspringen wir die goldene linie müssen wir gleichzeitig diese leichte horizontale resisten an der wir uns jetzt gerade befinden ihr seht diese ganzen wicks hier rein diese ganzen kerzen körper und merken wir schlagen hier wirklich rum wenn ich dafür euch die linie zieht werdet ihr das wahrscheinlich deutlich besser sehen ich finde dass diese kerzen körper anlegen spricht an diese beiden heißt für mich nichts anderes überspringen wir gold brauchen wir gleichzeitig diese rote linie das verläuft beides bei 162 50 haben wir dann mal eine stunden kerze über 162 50 über 163 ungefähr jo moin haue ich hier mal ein long raus allerdings auch hier an und 5 ding stop loss niemals vergessen 152 ungefähr bevor wir das alles nicht gemacht haben existiert hier auch nicht weiterhin die möglichkeit diesen trade zu nehmen wie sieht es aus bei schieber da sieht es aus wie immer hier ist die zeichnung drin alles klar klären wir die grüne linie nach oben das ist die marke von 0,003467 kann ich das ganze mal probieren soweit sind wir noch lange nicht wir haben zwar hier einen ausbruch über gold das ganze hier ist ein retest wir sind noch nicht über den ausbruchspunkt hinausgezogen also überhaupt keine möglichkeit abwarten tätig ist angesagt bei schieber kommen wir zu den coins die euch gewünscht ob das ist einmal die frei da fangen wir direkt mit an da hatten wir am anfang aber das heißt am anfang da hatten wir vor wochen jetzt hier richtig harte games richtig hatte pams gesehen richtig nice und dann haben wir auch mal ein bisschen fehler das sind vom hoch zu dem tief jetzt hier waren es auch immerhin 43 prozent jetzt haben wir uns ein bisschen erholt ein früher trade wäre mit sicherheit möglich gewesen wer das hier gesehen hat und sich hier eine steile absteigende linie gezeichnet hätte hätten hier ein trade nehmen können aber das hätte ich persönlich nicht gemacht mir ein bisschen zu spekulatius ich warte eigentlich darauf dass die goldene linie nach oben hin gebrochen wird die verläuft aktuell bei der marke von 4,6 dollar und danach kann ich das ganze mit sicherheit mal probieren die andere rote linie die ich eingezeichnet habe das war nur für mich persönlich so viel sinn macht das ganze nicht denn wenn wir das hier überspringen steht uns direkt rote tageslinie im weg sage ich einfach mal und von daher würde ich diesen trade auch nicht nehmen wenn wir natürlich hier so runter kommen die marke hier beschießen dann kann ich mir das überlegen ansonsten würde ich sie einfach wirklich entfernen und darauf warten dass sie gold nach oben hin brechen die grüne linie darüber ist für mich nicht so relevant wie die rote linie wenn wir sehen dass wir die grüne linie öfter nach oben und nach unten auch wirklich gebrochen haben das ist nicht so eine hardcore resistance sage ich einfach mal wie die rote die wir jetzt aktuell über uns haben denn das ist eine tageslinie an der wir uns abgeknabbert haben das ist sehr sehr guter support leider jetzt natürlich auch sehr sehr guter widerstand deswegen wäre für mich hier wahrscheinlich dann eher der trade möglich die nächste frage war nach chsb und wie sieht das ganze hier aus naja ich weiß nicht das ist ein kohlen der sich wahrscheinlich relativ schwer analysieren lässt diese rote linie machen wir das ganze mal zu gold es wäre vielleicht eine goldene möglichkeit jedoch sollten wir in jedem fall aufpassen auf dem weg zur downzeit denn wir befinden uns jetzt gerade ich sage jetzt nicht am scheidepunkt aber ihr seht hier dass wir gestern das ganze nach unten gebrochen haben heute kommen wir wieder hoch ist schon eine marke wo es auch schnell mal abwärts gehen kann naja und dabei ist die 62 cent das nächste ziel und danach die 60 und die 58 cent auf dem weg nach oben wenn wir hier einigermaßen wieder positiv sein sollen dann würde ich schon darauf warten dass wir die goldene linie nach oben hinbrechen das ist ein gutes stück entfernt dieses läuft aktuell bei 71 cent kann man auf einem kürzeren time frame bisschen was größer erkennen im grunde genommen kann man hier gar nichts erkennen diese fraktale sind natürlich sehr sehr bescheiden sag ich mal sprich für mich würde ich darauf warten dass sie das ganze hier nach oben hin überschließen ja das ist noch weit entfernt von 64 cent oder von 63 nach 73 das sind 10 cent was bei einem kurs von 62 cent ist das natürlich schon 4 das sind schon ungefähr 15 prozent aber die wären erst mehr wert zu warten gala 2,7 prozent im plus eigentlich ein schöner titel auch eigentlich sehr sehr gut gelaufen in der zeit vorher das war ein pump von 900 prozent bekommen aber nicht nein sagen sage ich einfach mal so aber wir sehen jetzt auch hier dass wir ich sag jetzt mal den letzten support rausgenommen haben das war nämlich dass sie das hat uns hier sehr lange unterstützt und 1 2 3 4 mal und jetzt ging es nach unten hindurch haben wir das ganze gebrochen das ist selbstverständlich überhaupt nicht positiv wir haben das ganze sogar getestet das einzig gute daran ist dass wir jetzt hier nicht noch weiter runter gefallen sind wenn ich die hier ein bisschen nachjustieren so werdet ihr das folgendermaßen sehen das hier ist ein ausbruch das ist ein retest das ein voller hier war die short möglichkeit dann sind wir allerdings auf der grünen linie gebaut noch mal ein retest dieser linie und jetzt wieder abwärts wo ist denn hier überhaupt dann die nächste möglichkeit ich würde wirklich darauf warten dass wir diese linie wieder nach oben zurück erobern das heißt nichts anderes als dass wir hier mal wieder auskommen müssen das ist die marke von 53,5 cent das sind tja das sind auch knapp 8 prozent sage ich einfach mal das sollten wir wirklich dann nach oben hin machen und wenn wir uns hier drauf setzen dann kann ich das vielleicht wagen in richtung dieser goldenen linie bei 56 cent und wenn wir das nach oben hin klären sollen dann sieht die welt doch schon wieder ganz anders aus dann könnten wir auch zu neuen old time highs nach oben laufen allerdings ist das natürlich noch ein gutes stück entfernt mario wie sieht es aus mit best best macht macht das beste von den ganzen coins die wir jetzt gerade hatten er wahrscheinlich schon sehr früh eine möglichkeit gewesen hier eine traum auf die möglichkeit in diesen trading einzugehen wer das gesehen hat herzlichen glückwunsch auf einem basis von einen stunden haben wir hier leider keine doch haben wir einen retest bekommen das hier ist ein ausbruch diese indecision candle hier das war ein retest nicht ganz bis runter aber dann gab es direkt die möglichkeit danach in diesen trade hinein zu springen wer da drin ist herzlichen glückwunsch wer da nicht drin ist hat jetzt schon ein paar games verpasst aber die nächste möglichkeit kommt bestimmt denn wir sehen hier auf tagesbasis befinden wir uns jetzt gerade an einer resistance beziehungsweise an einer kleinen support zone und die haben wir gestern nach oben hin gebrochen hier gar nicht wahr haben wir gestern nicht genau darunter geschlossen heute haben wir das ganze nach oben hin gebrochen allerdings müssen wir jetzt darauf warten wie es hier weitergeht das ist der bruch das ist der retest wenn wir jetzt hier über diesen punkt hinaus ziehen ich sag mal 1067 dann kann man das ganze in richtung nord nochmal probieren allerdings vergesst nicht wir sind jetzt auf vier stunden basis haben schon rsi von 80 eine leichte konsolidierung sollte hier guttun wenn wir diese linie hier nach oben hin nach unten hin durchbrechen wäre ich auch definitiv erst mal an der seitenlinie das war es für die wünsche von heute für das allcon update für heute ich wünsche euch einen wunderschönen start in diesen mittwoch wenn euch das ganze gefallen hat was man gerne einen like einen kommentar da und schreibt rein welchen kommentar ich morgen für euch mit reinnehmen soll versuche ich das ganze zu verwirklichen habt einfach einen wundervollen start in diesem mittwoch ich danke